So, und uns fehlen noch die Wetteraussichten. Heute ist Donnerstag, also wir haben jetzt, beziehungsweise mittlerweile ist es schon Freitag, es ist der 21.02.2020 und zwar ist gerade 2.30 Uhr nachts. Wir haben draußen gerade eine Temperatur von 4,1 Grad. Windgeschwindigkeiten weiß ich gerade nicht, aber es ist auf jeden Fall extrem stürmisch. Vielen Dank für die Aussichten.